so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke eine neue folge pokémon go ich nehme dieses video jetzt gerade am samstag auf heute war der mega raid day mit mega raiquaza aber es war ja gar kein mega raid day es waren ja einfach nur top raids mit raiquaza das war schade wäre es ein mega raid day gewesen ich hätte wieder zwei stunden lang draußen gestreamt unterwegs live mit dem handy mit den zuschauern zusammen wir hätten eingeladen von unterwegs aus ihr hättet geschrieben ihr hättet den chat wieder gesprengt so wie wir es bei kyokra hatten so wie wir es bei groudon hatten das war richtig cool das hat richtig spaß gemacht top raids nur vor ort ich muss sagen es waren immer so gefühlt zehn leute in der lobby ich mit pupsi und dem muttertier wir waren immer so zu dritt vor ort es waren mit zwei bekannten namen auch in der lobby die pupsi hat dann auch gesagt ich sind dort also irgendwie man hat ihn nicht gesehen sie hatte sie aber vorher schon gesehen man hätte jetzt sagen können hier aber da war eine hecke dazwischen dann hast du die nicht gesehen und irgendwie ist alles so weit geläufig also um es leute zusammenzubringen hat das jetzt nicht wirklich funktioniert dass es 24 stunden vorher nicht die eier gab wie sonst sich zu verabreden hat das jetzt auch nicht diesen sinn diesen zweck gehabt alles aber wir haben es ja irgendwie geschafft wir haben top raids gemacht zumindest im 12 und 13 uhr raum ich möchte euch jetzt ganz kurz mal meine kleine raid tour erklären ich möchte euch mal zeigen was ich bekommen habe ich möchte euch das nochmal zeigen ich hatte auch im community tab an dem tag gepostet dass es einen code gibt den man eingeben kann im shop oder einfach auf den link klicken da wird man automatisch direkt da weitergeleitet wo das geht um noch mal eine zweite forschung zu bekommen denn es gab an dem tag an dem mega raiquaza top raid tag eine forschung setzte eine sehr effektive ladeattacke eingeschließe fünf feld forschungsaufgaben ab gewinne einen raid gewinne einen top raid und da habt ihr halt hier einen meteorit bekommen der wichtig ist denn nur mit dem meteorit können konntet ihr zenit stürmer beibringen als attacke und nur zenit stürmer als attacke habende raiquazas können die mega entwicklung durchführen mit diesem code habt ihr diese forschung ein zweites mal bekommen jetzt bin ich hier direkt im spiel das muss ich jetzt auch am samstag noch abholen sonst ist es nämlich weg ich nehme auch die pogebälle mit ich nehme mir den staub mit ich nehme diesen meteorit mit so dann haben wir das ganze noch mal hier weil es die forschung ja dann noch mal gab hole ich also auch ab jetzt muss ich aufpassen das darf ich jetzt nicht abholen das ist an ein ticket vom henry nicki geknüpft das kommt in einem anderen video so jetzt ganz kurz hier rüber und zeigen wir haben fünf raids gemacht drei stück waren zwölf uhr da drei zwei stück waren 13 uhr da es hat angefangen an der wo war es denn hier in dieser da bei der schule da wie heißt das street art street art hat angefangen dann gab es die bemalte litfaßsäule dann gab es stehle beim gericht und ab 13 uhr noch mal ein bisschen außerhalb an einem wandersweg und dann willkommen in meining wenn man meining rein fährt das ding war das erste aus dem raid hat 15 angriff ich habe gesagt ich möchte ja mindestens eins kriegen was 15 angriff hat das hat 15 angriff aber es hat nur zwei sterne das mit zu schlecht ich hätte gern eins mit drei sternen und 15 angriff bevor ich eins mega entwickeln das war mein ziel so jetzt haben wir das teil gekriegt 21 43 dann haben wir hier 21 58 das hat drei sterne es hat auch 14 angriff aber das reicht mir eigentlich auch noch nicht dann haben wir dieses hier noch mit 21 36 auch wieder nur zwei sterne 21 18 zwei sterne und dann noch mal 21 32 zwei sterne ich hatte natürlich gefragt ob wir vielleicht 17 18 uhr noch irgendwie eine truppe machen können da wären noch mal fünf sechs raids vielleicht gewesen die meisten waren raus hatten dann keinen bock mehr keine zeit mehr keine pässe mehr ich musste jetzt ja auch schon pässe nehmen die ich eigentlich für gera fürs go fest gedacht habe aber ich habe glaube ich 50 pässe angespart mittlerweile das reicht definitiv ist go fest aber lassen wir es einfach mal dabei lassen wir es dabei da auch kein shiny jetzt dabei hätte ja sein können pupsi hatte im allerersten raid direkt ein shiny das war cool dann habe ich gestern abend noch die wir haben ja momentan zwei spezial trades mir raiquaza getauscht mit lucky friends ich habe auf dem samyang bulder account geguckt ob ich noch alle raiquazas habe die ich ein bisschen pushen kann mir rüber tauschen kann die lucky werden um eins zu kriegen was ich mega entwickeln kann wenn ich jetzt mal hier drauf gehe auf raiquaza und mal sortieren nach den wp da seht ihr ja alles die fünf stück die hier unten sind sind alle eigentlich frisch das eine ist getauscht wenn wir jetzt mal hier durchgehen ist da was dabei was ich jetzt mega entwickeln könnte schlecht 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 das ist aus einem spezialtausch von glaube ich kaisi aber drei sterne zwölf angriff das ist halt nix so das sieht relativ gut aus dann kommen wir zu einem 21 66 das ist ein shiny das ist das einzige shiny was ich habe ist ein getauschtes in einem glückstausch hat zwar nicht 15 angriff hat 14 angriff hat aber drei sterne ich glaube vielleicht entwickle ich auch ein shiny jetzt und warte dann bis ich eins mit 15 angriff und drei sterne normal habe hier haben wir nämlich auch glücks drei sterne aber auch wieder nur 14 angriff hier haben wir drei sterne glücks mit wetter brust aber nur 14 angriff hier haben wir zwei sterne sogar auf level 40 gepusht dann erst rüber getauscht aber nur 13 angriff hier mal 1 15 angriff 15 angriff level 40 aber dann 12 12 das kann doch nicht sein das habe ich mir vom samyang buldock account zum beispiel getauscht das genauso habe ich auch hochgezogen das ding ist von 2018 gewesen habe ich auf 40 gepusht mir rüber getauscht normaler tausch ist lucky geworden wieder nur 14 angriff hier dasselbe problem 12 angriff aber auch auf level 40 vorher gepusht 3799 13 angriff was ist denn los wie viel pech kann man denn haben und das ist auch das an also das ist das letzte jetzt 13 3799 wäre das beste von den wp her auf level 40 was auch wenn dieser 50 pushen würde oder könnte am meisten wp erreicht das möchte ich jetzt aber nicht mega entwickeln weil es nur 13 angriff hat das könnte man mega entwickeln aber es hat ja nicht die attacke brauchst du erst zenit stürmer brauchst du 100.000 hier es ist alles verworren ich glaube ich werde in diesem video kein mega rei quasar entwickeln das heißt es ist das waren die top raids aber ohne mega rei quasar auf meiner seite aus weil ich mir noch zeit lasse ich möchte jetzt während des events das läuft ja noch mit diesen vermehrt glücks freunde vermehrt glücks pokemon vielleicht kann mir jemand noch ein rei quasar tauschen was 15 angriff hat und relativ gute iv es muss kein 100er sein es muss kein 98er sein es muss kein 96er sein 93er oder so vielleicht würde auch reichen obwohl ist vielleicht schon da aber halt nicht mit 15 angriff und dann würde ich sogar sonderbonbons investieren um eins hochzuziehen auf 40 und das dann mega entwickeln da brauchst du also wieder geduld die werde ich jetzt aufbringen top raids aber ohne mega rei quasar bei mir aber mit eiern und was heißt das ich möchte noch was anderes hier mit rein bringen weil wir ja gerade bei ausbeutes sind wenn ich hier mal drauf gehe auf ausgebrütet es war ja letzte zeit dieses event auch wo es shiny ignivore aus eiern gab und da habe ich ein bisschen gebrütet ich wollte es erst nicht aber dann habe ich doch gemacht ich habe alle brutmaschinen die ich habe egal ob super brutmaschinen oder normale brutmaschinen verbraucht komplett für fünfe eier für zehn eier für zwölfe eier für siebene eier aus versehen einmal ich hatte keine eier mehr da und habe dann aber geschenke gemacht und habe alles mit sieben eiern vollgepropft was ich richtig dumm fand weil die richtig schlecht sind ich möchte euch ganz kurz noch die ausbeute zeigen aus den letzten eiern die ich versucht habe im igne war event zu brüten auf der suche nach shiny ignivore das erste was ich gebrütet habe war dieses igne war mit 96 prozent das ist fett das ist cool ich habe so viele igne war bekommen auch zwei stück habe ich schon schinaja abgetreten weil wir wollten auch zwei spezial trades machen sie habe gesagt gibt mir irgendwas ich habe einfach zwei ignivore gegeben war für sie also ok was haben wir hier noch vulcano mit 15 ist dabei lichtl ist hier dabei noch mal vulcano leuvio da gab es vulcano oder gab es runduster 98 prozent ok vulcano flambion knarbon knarbon ist auch so oft aufgedreht hier auch ein relativ gutes mit 93 prozent glaube ich das ist genau dasselbe 408 408 also knarbon habe ich jetzt auch genug werde ich vielleicht ein paar aufheben falls das jemand noch mal in einem glückstausch oder so haben möchte die werden dann wieder schlechter dann werden die wieder besser dann werden die wieder was anderes dann tordonator da habe ich mich gefreut tordonator kam auch dann aus eiern da kommt dann noch ein kleines highlight für mich persönlich hier 15 angriff hier auch 15 angriff bei magby leuvio fucano magby leuvio leuvio schneckmark magby 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 schneckmark porrenta zick zacks slimer zick zack seht ihr schon das sind die sieben kilometer eier glaube ich das ganze alola zeug das hat man eigentlich nicht gebraucht weiter geht es wieder mit leuvio lichtl flampion fucano schneckmark flampion leuvio magby knarbon hundusta hundusta das nächste ignivore dazwischen habe ich wahrscheinlich zwei schon weggetauscht gehabt knarbon relativ gut dann tordonator shiny gebrütet aus dem ei fand ich cool früher musste man für evig rates machen jetzt kam der dann theoretisch so nebenbei fand ich gut habe ich nicht gesucht habe ich bekommen auf dem habanero account dann noch mal tordonator auch hier mit 15 angriff knarbon wieder leuvio shiny auch gebrütet ich bin ja extra auf den reiter ausgebrütet gegangen das sind also wirklich pokemon die aus eiern gekommen sind dann noch mal tordonator wieder ein ignivore hinterher noch mal tordonator knarbon ignivore mit 15 angriff noch mal leuvio leuvio fucano schneckmark knarbon knarbon 15 angriff schneckmark leuvio 98 leuvio magby schneckmark magby schneckmark 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 leuvio 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 fucano 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 tordonator fucano leuvio magby knarbon96 tordonator lichtel leuvio leuvio lichtel flampion hundusta magby magby hundusta 98 tordonator knarbon totdonator schneckmark schneckmark auch aus einem Ei gebrütet. Fucano, Knabon, nochmal Knabon, nochmal Knabon, nochmal Knabon, schon wieder ein 96er Ignivor. Das müsste, glaube ich, gleich der Rest sein, genau. Das ist das Letzte. Noch ein 96er Ignivor. Leider also kein shiny Ignivor dabei, kein 100er, aber trotzdem, ich habe ein paar jetzt für Glückstrades oder andere Sachen. Das nur mal so. Dafür, dass es kein Mega-ReiQuaser bei mir in diesem Video gab, gab es noch ein paar Einblick in Eier. Wie sieht es bei euch aus? Wie viele Top-Rates von Mega-ReiQuaser habt ihr am Samstag gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr ein shiny bekommen, so wie Pupsi? Habt ihr ein hunderter bekommen? Wie viel Energie habt ihr gesammelt? Ich dürfte jetzt exakt 1000 Mega-Energie haben. Das heißt, ich hätte eigentlich 2 entwickeln können und hätte immer noch 200 übrig. Ich möchte aber nochmal warten. Ich möchte jetzt noch ein paar Glücks-Trades machen. Dann schauen, ob ich eins finde, was ich entwickeln möchte. Dieses Video kommt entweder am Sonntag oder weil ich Sonntag ja den Stream habe von Raids für Zuschauer mit Ho-Oh. Kann es sein, dass ich Sonntag einfach kein Video mache und das einfach für Montag schon hochlage. Damit ihr nicht so viel an einem Tag habt. Schreibt eure Ausbeute auf jeden Fall rein. Das war es von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.